Ja, mir geht es ganz gut eigentlich. Ich freue mich auch wieder dabei zu sein und vor allem punktlich zum Winterderby. Ja, ich habe ziemlich hart auf mein Fitness gearbeitet, dass ich nicht so lange brauche, wieder reinzukommen. Aber beim R2 haben die Leute da super um mich gekümmert und ja, alles hat schnell und super funktioniert. Ja, natürlich. Es ist wie in meiner Kindheit. Da habe ich im freien Eishockey gelernt und ich freue mich riesig, wieder im freien Eishockey spielen zu dürfen. Nein, es ist mein erstes Mal. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, wir haben eigentlich eine sehr gute Woche im Training gehabt, hart und fleißig gearbeitet und ja, ich glaube, braucht man eigentlich keine extra Motivation für ein Winterderby, so ein Spiel. Aber ja, ich glaube, wir sind alle bereit. Ja, natürlich. Wir fangen bei 0-0 an am Morgenabend und ja, wir sind richtig heiß auf das Spiel und die drei Punkte. Radio Rock und die Löwen Frankfurt rocken die Liga.